Herzlich Willkommen zu unserer Informationsveranstaltung zum sogenannten transsexuellen Gesetz. Ich bin Linda, ich bin Mitfrau von Paula Panke und Kulturwissenschaftlerin und freue mich heute eine kleine Einführung zum transsexuellen Gesetz zu geben. Die Änderung des Vornamens und des Personenstandes sind für viele Transpersonen ein sehr wichtiger Schritt, nicht nur für sie selbst, sondern auch, um sicherer durch den Alltag gehen zu können. Transpersonen sind immer noch zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt. Beleidigungen bei Behörden, intime Befragen durch Ärztinnen, Fremdoutings, öffentliche Drohungen oder Gewalt passieren ständig, um nur ein paar der Diskriminierungen zu nennen. Eine noch nicht erfolgte offizielle Namens- und Personenstandsänderung verstärkt diese Diskriminierung massiv. Transpersonen sind sehr häufig kritischen und intimen Gesprächen ausgesetzt und werden gezwungen, sie ständig rechtfertigen oder erklären zu müssen. Jede Situation, in der ein Ausweis vorgezeigt werden muss, kann zu einer potenziellen Bedrohung werden und führt in jedem Fall zu einer verletzenden und stressigen Situation für Transpersonen, die eben noch keine Änderung im Pass vorgenommen haben. Gerade jetzt in der Corona-Krise wurde es zum Beispiel besonders wichtig, sich ständig auszuweisen. Bei jedem Corona-Test oder bei der Impfung muss man den Ausweis zeigen, bei Café- oder Restaurantbesuchen ständig die Kontaktdaten angeben, bei jeder Buchung von Tickets nochmal den Pass zur Kontrolle zeigen und so weiter. Dazu kommen noch viele weitere alltägliche Situationen, in denen man sich ausweisen muss. Von Dingen wie Auslandsreisen, dem Unterzeichnen von Verträgen oder Kontakt mit Behörden oder der Krankenkasse und so weiter mal ganz zu schweigen. Eine Vornamens- und Personenstandsänderung kann also extrem wichtig sein für Transpersonen. Das sogenannte Transsexuellengesetz, über das wir jetzt reden, soll in erster Linie gerade eben diese Vornamens- und Personenstandsänderung regeln. Das Gesetz wurde vor über 40 Jahren, also 1980, mit Wirkung ab dem 1. Januar 1981 unter dem Titel Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen verabschiedet. Damals, Anfang der 80er Jahre, war es weltweit überhaupt das zweite Gesetz, das die rechtliche Vornamens- und Personenstandsänderung für Transpersonen regelte. Deutschland war damals also sowas wie ein internationaler Vorreiter der Menschenrechte von Transpersonen, indem es die Existenz von Transpersonen überhaupt erst einmal anerkannt hat und ihnen überhaupt zugesprochen hat, rechtlich in ihrem Identitätsgeschlecht anerkannt zu werden. Vor 40 Jahren war das noch ziemlich fortschrittlich, auch wenn damals schon klar war, dass das Gesetz immer noch die Grundrechte von Transpersonen massiv verletzt. Jetzt, über 40 Jahre später, hat Deutschland seine Vorreiterrolle schon längst verloren. Das Gesetz ist völlig überholt und bleibt mittlerweile im Vergleich mit anderen europäischen Gesetzen weit hinterher. Schon der Name des Gesetzes deutet eigentlich darauf hin. Der Begriff Transsexualität, der früher vielleicht häufig verwendet wurde, ist sehr irreführend, da es bei Transpersonen eben in erster Linie nicht um die Sexualität, sondern um die Geschlechtsidentität geht. Transidentität, Transgender oder Transgeschlechtlichkeit sind mittlerweile die bevorzugteren und stimmigeren Begriffe. In den 40 Jahren seines Bestehens wurde das Transsexuellengesetz bereits sechsmal vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt und weite Teile des Gesetzes wurden deswegen außer Kraft gesetzt. Bis vor zehn Jahren war beispielsweise der Zwang zur operativen Geschlechtseingleichung und eine Zwangssterilisation eine verpflichtende Voraussetzung für die Änderung des Geschlechtseintrags. Auch eine Scheidung war sehr lange Zeit verpflichtend. Doch auch die noch verbliebenen Inhalte des Transsexuellengesetzes müssen dringend reformiert werden, da sie Transpersonen diskriminieren, entmündigen und fremdbestimmen. Noch immer müssen Transpersonen für die Änderung zwei psychologische Gutachten von Sachverständigen erbringen und sich am entwürdigenden Gerichtsverfahren unterziehen. Dabei werden sie unter anderem zu intimsten persönlichen Themen wie sexuelle Präferenzen, Masturbation, frühkindliche Erlebnisse und PartnerInnen befragt. Die Verfahrenskosten betragen durchschnittlich 1500 bis 2000 Euro, sehr häufig sogar deutlich mehr. Zum Vergleich, eine einfache Namensänderung beim Standesamt kostet vielleicht 50 Euro. Nicht selten dauert der gesamte Änderungsprozess aufgrund der vielen Hürden länger als ein ganzes Jahr. Nicht-binäre Personen, also Personen, die sich weder ausschließlich dem männlichen noch ausschließlich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, werden in dem veralteten Gesetz schon gar nicht genannt. Das Transsexuellengesetz diskriminiert also alle Menschen, die ihren Vornamen oder Personenstand ändern wollen. Es benachteiligt, entmündigt und bevormundet Transpersonen und nimmt ihnen ganz klar die Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln. Eine umfassende Neuregelung, die dem aktuellen Verständnis von Transgeschlechtlichkeit und Nicht-Binarität Rechnung trägt, ist längst überfällig. Das Transsexuellengesetz ist ganz klar ein unzulässiger Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der betreffenden Personen. Wozu braucht man das aufwendige Verfahren des Transsexuellengesetzes einschließlich der doppelten Begutachtung noch, wenn die Geschlechtsidentität doch eindeutig der subjektiven Selbstbestimmung unterliegt? Wieso genügt es nicht, dass sich AntragsstellerInnen beim Standesamt einfach entsprechend erklären, die Gebühren für die Umschreibungen entrichten und dann einfach den gewünschten Namen und Personenstand erhalten? Schon seit langem fordern queere Verbände, Transorganisationen und auch einige Parteien die Abschaffung des verfassungswidrigen und diskriminierenden Gesetzes und fordern Regelungen, die auf Selbstbestimmung anstatt auf Fremdbestimmung aufbauen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie eine nachfolgende Regelung aussehen kann. Der letzte Gesetzesentwurf wurde erst vor kurzem, am 19. Mai in diesem Jahr, vom Bundestag mit großer Mehrheit abgedehnt. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben sollten, sondern dass wir erst recht zeigen müssen, dass wir mit dem Gesetz nicht einverstanden sind und dass wir für die Selbstbestimmung aller Menschen sind. Die Aufgabe des Staates sollte es sein, die geschlechtliche Identität zu schützen, egal welchem Geschlecht man sich zuordnet und ob man sich überhaupt einem zuordnet. Dieser Aufgabe und seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen muss Deutschland dringend nachkommen und die Gesetzgebung bezüglich Transpension grundlegend reformieren. Und genau deswegen sind wir heute hier, um darüber zu informieren, wie so eine Reform dieses Gesetzes so wichtig ist und um Ideen auszutauschen, wie das möglich gemacht werden könnte, und zwar so schnell wie möglich. Ja, das war jetzt so die erste Vorstellung von mir insgemein. Ich sitze hier dem Arbeitskreis der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität in Berlin und Brandenburg vor, koordiniere da die Hilfsangebote, die wir haben und mache ziemlich viel politische Arbeit. Ja, und ich gebe es zu, ich bin ein bisschen masochistisch veranlagt, ich bin auch bei der SPD, und zwar bei der SPD-Quer. Da sitze ich im Bundesvorstand und im Landesvorstand in Brandenburg. Und wie gesagt, wir kriegen so etwas wie dieses beschissene TSG, kriegen wir nur mit vernünftiger Politik weg. Unsere Leute haben uns zwar nicht unbedingt sich in der letzten Legislaturperiode mit rumbekleckert, ich weiß aber auch, es war keine Gespräche mit der Union möglich über die Reformation vom TSG. Das ist einfach so. Der Vorschlag von Grünen und FDP, die fast deckungsgleich waren, die waren gut. Leider zu umfangreich, die waren nicht konsensfähig. Da haben sie, scheiße, die haben sich nicht nochmal so aufs Glatteres führen lassen, die Parteien in einem rechten Spektrum, wie es eben mit einer Ehe für alle ging. Das hat nicht geklappt. Egal wie es ist, wir machen weiter. Und ich denke, wenn man das Scheibchenweise macht, dass wir sagen, okay, wir gehen weg von dieser ganzen Begutachtungsgeschichte. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen möchte sich denn über seine Haben Sie eine Erektion, wenn Sie nackte Kinder sehen? Das war die Krönung, die ich jemals gehört habe in einem Beratungsgespräch, was sogenannte Begutachter hier an Fragen für diese Zertifizierung als staatlich anerkannender Mann an eine staatlich anerkannende Frau gefragt haben. Ihr macht jetzt nur seit ein paar Jahren schon auch so Beartungstätigkeiten. Sie können sich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was die Leute gefragt werden. Die Leute, das ist sowas von unter der Gürtellinie, sowas von in Ehren. Und letztendlich, es ist ja nicht, ich muss doch für mich entscheiden, wie meine Identität ist. Und das heißt, ich bin der Mensch, der es fühlt. Und kein Mensch kann in jemand anderen reingucken. Das ist das Erste, was man im Psychologiestudium lernt. Ich kann nicht in einen anderen reingucken. Ich kann was beurteilen. Aber ich kann nicht reingucken, ob der sich tatsächlich so fühlt. Ich muss gestehen, das ist für mich ein schwieriger Moment. Weil ich stehe hier als Repräsentant einer SPD, die total, zu 100% hinter einer Transcommunity steht. und die aber nicht in den letzten Jahren in der Lage gewesen ist, meiner Transcommunity, unserer Transcommunity so zur Seite zu stehen, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und ich stehe hier mit viel Hoffnung auf das, was kommt, aber gleichzeitig auch mit sehr viel Scham, sehr viel Ärger und sehr viel Wut, weil ich weiß, wir hätten dieses verdammte transsexuellen Gesetz reformieren und streichen können und haben es nicht getan. Jetzt können wir lang und breit darüber diskutieren, warum das so ist und warum das so gewesen ist und ob es richtig oder falsch gewesen ist. Das ist so, wie es ist. Und meine Hoffnung ist, egal wie die nächsten Wahlen bei uns in Deutschland ausgehen, ist die tatsächlich, dass wir es schaffen werden, gemeinsam so zu wählen, dass wir am Ende eine Regierung haben werden, ohne eine Beteiligung von CDU und CSU, weil das sind diejenigen, die alles blockieren, was in irgendeiner Form nach Reformen ruft, nach Reformen fordert, die wir für dieses Land, für ein demokratisches Land wie Deutschland, in dem übrigens die homosexuellen Bewegung in dieser Stadt auch gegründet worden ist, für notwendig ist. Und ich tue mich schwer, ich tue mich schwer zu sagen, dass alles gut gewesen ist, weil es das nicht gewesen ist. Und dennoch müssen wir nach vorne schauen. Und deswegen möchte ich euch von Paula Panke gerade im Hinblick, weil in den letzten Jahren viele feministische Gruppen sich auf den Weg gemacht haben, meine Transcommunity auszugrenzen, auszuschließen und zu attackieren, möchte ich gerade euch von ganzem Herzen meinen ganz großen Respekt und Dank entgegenbringen, dass ihr euch so sehr als echte Freundin in meiner Community zur Seite steht und uns in allem unterstützt, was es braucht, dieses Land fortschrittlicher zu machen, weil wir nur eine Verbesserung für die Transcommunity hinbekommen, wenn wir euch an unserer Seite weiterhin haben. Und deswegen mein ganz großer Dank für das, was ihr da tut. Und ja, und ich kann euch erzählen, wie ich mich fühle, wenn ich meine Co-Landesvorsitzende der SPD-Queer, Mara Geri, abends, wenn ich sie hier in Pankow treffe, wenn ich sie abends dann zur U-Bahn bringe, zur U2 und sie dann nach Schöneberg rausfährt, ich kann euch erzählen, wie ich mich fühle, wie viel Angst ich jedes Mal habe, wenn sie in diese verdammte U2 einsteigt, wenn ich nicht weiß, ob ich mich darauf verlassen kann, dass sie heil, nicht angespuckt, nicht angegriffen, nicht blöd angemacht, nicht zusammengeschlagen nach Hause kommen kann. Hallo und Moin, ich möchte mich Alphonsos Dank an Paula Pankow unheimlich anschließen, denn ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese gemeinsame Veranstaltung haben, um unsere gemeinsamen Ziele auch gemeinsam zu machen. Katrin und Natja, vielen Dank für die Einladung. Ich gehe ja selten gern rechts rüber, aber in diesem Fall muss ich es tun. Kurz zu mir, ich möchte mich vorstellen, hört man mich so? Ja. Ich bin Oda Hassepass, ich bin hier die Direktkandidatin in den Wahlkreis für Bündnis 90 Die Grünen. Ich lebe hier in dem Ort und mich interessieren die Leute vor Ort und deshalb bin ich auch hier. Und das ist klar, Feminismus geht nicht ohne Queer und Queer-Feminismus geht auch nicht gegen den Kampf gegen Rassismus und sexuelle, äh, soziale Ausgrenzung. Wir Grüne wollen eine echte Gleichstellung in allen Gesellschaftsbereichen und wir kämpfen weiter dafür, dass Berlin auch in Zukunft eine bunte, freie und weltoffene Stadt ist. Applaus Ich bin überzeugt, dass Gleichberechtigung der Schlüssel zu einer besseren Welt ist und dass wir diverse und vielfältige Menschen in sichtbaren Positionen benötigen, als Vorbilder und als Perspektivengeberin in allen Bereichen und in allen Berufen. Mein zwölfjähriges Patenkind hat mir gerade stolz erklärt, dass an ihrer Schule KontaktlehrerInnen für sexuelle Vielfalt sind, die sich insbesondere an die Kinder richten, die sich nicht so ganz sicher sind, wie sie sich eigentlich fühlen. Das finde ich toll, das müssen wir ausbauen. Das gehört in die Kitas und die Schulen. Und wenn das schon viel früher da gewesen wäre, dann wären vielen viel Kummer erspart geblieben. Applaus Ich beobachte an meinen eigenen Kindern schon, dass diese klassischen Stereotypen überhaupt nicht mehr angenommen werden. Und ich merke auch, dass Rollenklischees, sei es in Schulbüchern, Hörspielen oder Büchern, im Fernsehen, immer ständig hinterfragt werden. Das gibt Mut und das gibt Hoffnung. Und da müssen wir uns einfach auf die jüngere Generation, auf die Kinder richten und sagen, hier, ihr, weg mit dem transsexuellen Gesetz. Wir müssen einfach zukunftsfähig werden. Natürlich sollte jede und jeder selbst über ihre oder seine geschlechtliche Identität entscheiden können. Das transsexuelle Gesetz will ich jetzt gar nicht mehr näher erläutern, weil Linda das schon eingehend gemacht hat vorhin. Aber es ist natürlich klar, dass es 40 Jahre Leid, Zwang und hohe Kosten für die Betroffenen verursacht hat. Wir Grünen hatten dazu im Juni erst konkrete Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht. Sven Lehmann, unser Sprecher für Querpolitik, hat es so erläutert. Selbst über seinen Körper und seine Identität zu bestimmen, das ist das ureigenste Recht eines jeden Menschen. Wir alle wollen das. Was es braucht, sind gute Beratung und Unterstützung und Vertrauen. Und was es nicht braucht, sind Fremdbestimmung und Schikane. Das unnötige Leid, das trans- und intergeschlechtlichen Menschen widerfahren ist, muss entschädigt werden. Wir fordern daher schon lange einen entsprechenden Entschädigungsfonds. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei euch wie meine VorrednerInnen dafür bedanken, dass ihr diese Reihe ins Leben gerufen habt und mit uns, der schwul, lesbisch, inter, trans und queeren Community an einer Seite steht. Denn das sogenannte Transsexuellengesetz diskriminiert und entmündigt. Wir als Linke wollen es deshalb abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsrecht ersetzen. Eine Vornamens- und Personenstandsänderung erfordert erhebliche finanzielle Mittel für die gesetzlich geforderten Begutachtungen, bei denen zudem, wir haben es gehört, tief in die Privatsphäre eingegriffen wird. Diese Gutachten sind Schikane und hängen die Hürden sehr hoch. Sie diskriminieren und sie verhindern die sexuelle Selbstbestimmung. Das TSG muss deshalb weg. Das TSG führte in der Vergangenheit dazu, dass es eine Pflicht zur Festlegung auf ein Geschlecht gab und sich Betroffene somit einer Operation unterziehen mussten. Hinzu kommen Zwangsscheidungen und die gesundheitlichen und finanziellen Folgen der Begutachtungspraxis. Der Bundesverband Trans schätzt, dass zwischen 1981 und 2011 mehr als 10.000 Menschen in Deutschland im Laufe dieser Verfahren sterilisiert worden sind. Und bis heute werden bundesweit jährlich bis zu 2.000 Kinder mit von der binären Norm abweichenden Körpermerkmalen, wie es so schön heißt, Operationen ohne medizinische Notwendigkeit unterzogen. Die fremdbestimmten Operationen an Transpersonen und intergeschlechtlichen Personen müssen historisch aufgearbeitet werden. Die davon betroffenen Menschen müssen angemessen entschädigt werden. Deshalb fordern auch wir von der Linke einen Entschädigungsfonds für diese Person. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag für alle. Eine Vornamens- und Personstandsänderung muss mit einer einfachen Erklärung hier im Standesamt, wenn man denn mal einen Termin bekommt, möglich werden, ohne die bisherigen Zwangsberatungen, Gutachten, ärztlichen Atteste und Gerichtsverfahren. Wir wollen die Rechte von trans- und intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen stärken. Der Anspruch auf die körperliche Unversehrtheit ist ein Grund- und Menschenrecht. Dazu gehört die Anerkennung der von ihnen selbst benannten Geschlechtszugehörigkeit. Queere Menschen erleben auch immer noch Diskriminierung am Arbeitsplatz. Insbesondere Transpersonen sind überdurchschnittlich häufig von Erwerbslosigkeit betroffen. Die strukturellen Ausschlüsse verstärken sich für Menschen, die mehrfach Diskriminierung erleben, etwa Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit. Es gibt daher noch viel zu tun für eine echte Gleichstellung und volle Selbstbestimmung. Wir von der Linken wollen auch deshalb das Abstammungsrecht reformieren und bestehende Benachteiligungen von lesbischen und schwulen Ehen und Lebensgemeinschaften beseitigen. Das beinhaltet auch die rechtliche Anerkennung der Co-Elternschaft sowie von trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Eltern. Das muss auch rückwirkend gelten. Die Rechte von queeren Personen sind für uns nicht verhandelbar. Wir wollen, dass sie als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher Realität anerkannt werden. Und Gesetzgebungen, die klar machen, besonders diskriminierte und verletzliche Menschen stehen bei uns unter besonderen Schutz. Die Erweiterung des Grundgesetz Artikels 3 wäre deshalb ein wichtiges Signal. Liebe Freundinnen und Freunde, in Pankow wollen wir deshalb einen bezirklichen Queerbeauftragten als unabhängige Anlauf- und Koordinierungsstelle einrichten. Denn Vielfalt und Selbstbestimmung muss durch konkrete bezirkliche Maßnahmen zur Unterstützung und Empowerment von queeren Menschen umgesetzt und die Bekämpfung von jeglicher Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit in Pankow verstärkt werden. Projekte wie Paula Panke und der Sonntagsclub, die sich für Empowerment und gegen Intoleranz und Benachteiligung engagieren, müssen deshalb gegen Angriffe geschützt und gestärkt werden. Das alles schaffen wir nur gemeinsam. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich alles von meinen VorrednerInnen hätte unterschreiben können, weil ich glaube, wir sind schon eine relativ große Gruppe. Wir müssen uns nur weiter zusammenkommen und zusammenhalten und uns gemeinsam für unsere Rechte einsetzen. Es gibt viel zu tun, die Rechte von queeren Menschen zu stärken, heute und an jedem Tag. Vielen Dank. Das ist das ist ein Verhältnis. Das ist ein Verhältnis. Ich bin vor Jahrh'n Weise. Das ist